Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Plakate Evo Thüringen. Wir verkaufen in der Ladung Holz. Dazu müssen wir gleich los. Dann werden wir uns kurz einstellen. Wenn die Folge nicht zu lang wird und langweilig wird. Böse Sache die Geschichte hier. Aber wie gesagt, wir müssen dann später... Könnt ihr mir auch Verkaufsposten stören? Wir fahren sonst nicht weg. Dann macht er den Reifen aus. Ist ja praktisch vor der Haustür. Dann braucht man keinen Kauspiel. Kurven mag er nicht, fällt aber um. Ich muss gerade brennsam fahren. Ich mag die Sachen nur kompliziert. Und rumfahren. Da kommen wir immer bei. Da kommen wir in den Zaum. von der Seal-Eye. So, dachdrucks. Wackelpös. Wackel, wackelpös. Gefährlich, gefährlich! Probieren. Wir haben es fast geschafft. Pure fallen, abladen, funktioniert nicht und alles recht. So. So, der muss hier mal richtig aussteigen und weg aufhören. Da liegen noch ein paar Luft. Ein paar mehr klar. Gehen noch mal 8000 hinterher. Start hier an. Wollen wir nicht starten, ne? Dann alles an, ne? So, jetzt gehts zurück. Das nächste wollte ich mal holen. Keine Pause, die Namen, ne? Nicht geschauen. Wurste keiner so machen. Und die pfiff hier weiß Biking aus. Die fahren voll. Vielleicht wohnst schön pflampfen. Geht nicht. So. Pum pum. Wie gesagt. Warte ich das nächste mal wieder in der Fälle. Darf ich keine 8000 nehmen. Oder ungefähr 6 sind. 6 kann ich nehmen. 6 nehmen wir dann genau hin. Kriege ich nämlich. Ein komplette Vogel. Die Dinger passt immer rauf hier klein. Die gräle ich auch ab hier. Das ist hier meine Saat. die Baubliebensicherheit. Die Dinger war öchter und nicht reingekst. Die Dinger. Das ist hier eine Bühne. Warte geht. Die Dinger ist hier. Die Dinger. Die Dinger. Die Dinger. Die Dinger. Die Dinger. Noch wieder voll, ne? So, damit ihr besser drauf geht, immer alle runter. Der Brau wird ja schräg gehabt hier, aber das ist es schon, ne? Fast sauber, sag' ich noch. Dann rütteln, schütteln, dann geht noch was. Watch out. Ich kann nicht mehr schlafen, ich bin müde. Hinten Nacht schlecht geschlafen, wie immer. Wechsel und spätestens noch mal. Ist halt so, wenn wir mal kaufen. Die können wir auch noch wegfahren, wenn es dunkel ist. Ein bisschen mehr arbeiten, was hell ist. Ich soll ein paar Wollheiten hier rein. Jetzt. Das ist dumm an sich. B. Lang acht Meter, ohne erinnern. Z, ne? Nichts zu schneiden. Z. Sechs Meter. Ja. Soll ich gehen. So. Das hoch runterheiß ich immer wieder. Ja, völlig gut. Aber viel höher hebt der auch nicht, ne? Nichts von mir, Leute. Ja, der Brottengeber ist schuld. Der Brottengeber ist schuld. Die Brottengeber ist schuld. Ja, der Brottengeber ist schuld. Ich bin sicher, nicht aus. Whenever in die Brottengeber ist schuld. Denn wie viele進ere. Das ist schuldιende. Wren. Die Brottengeber ist schuld. Wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit, keine Muster Panik, gar nix, der Programm war 4, 4 heißt, ja, geht's dann. Es wird um 10 Uhr vor jemandem rein geschaut. Ich kann auch nicht erkannt werden, aber du kennst das. Es wurde erst angezeigt. Das ist ja nicht so wichtig, aber das ist ja nicht so wichtig, dass es da wird. Das ist ja nicht so wichtig, dass es da wird. Das ist ja nicht so wichtig, dass es da wird. Das ist ja nicht so wichtig, dass es da wird. Das ist ja nicht so wichtig. Ja, da kann man sich gut nebenbei beschäftigen, solange das Geteile wächst. Und auch nicht gedüngt werden, also gedüngt werden kann. Wenn das morgen gedüngt werden kann, das kann man ja nebenbei laufen lassen. Beziehungsweise Rundkropbekämpfung kann man auch nebenbei laufen lassen. Man muss ja nicht daneben nur zugucken. Sollte allein klappen normalerweise. Wenn der Wald weg ist und die Grenze für die Bäume wieder überschritten ist, dann kann man neue pflanzen. Schön hoch im Wald. Wenn das nicht gehen sollte, machen wir den Acker draus hier. Auch das Problem. Wir haben relativ günstig Land erworben. Anführungszeichen günstig. Wir haben die Mauer weg. Zur Not verkaufen wir das Land wieder und kaufen halt neues Waldstück. Bis die Bäume weniger sind. Es scheint ein großer zu sein. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Und dann bin ich zuhause Aber das kann man sich auch nicht merken Das ist ja auch nebensächlich Zeit 15, 14 Das kann man auch Den Baum auch noch weg und dann fahren wir ins Haus verkaufen Dann können wir Naja Weg mit dem Baum Zack zack Morgen geben wir es raus So Dann stellen wir mal wieder mal parat hin Dann stellen wir mal wieder mal parat hin Und dann weiter machen können Nun gebe es dann Angst Wo schon da Die Erde ist wahrscheinlich Die Erde klappt sich So schnell zum LKW verkaufen Ich glaube Wenn wir mal so Puste so weit laufen Wenn wir fahren müssen Warum Limit erreicht? Du glaubst ja wohl nicht Du glaubst ja wohl nicht Oh 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 Bumsala Ach jo Radlader holen Das habe ich befürchtet Das habe ich befürchtet Das war sauber und shit Das war sauber und shit Das war sauber und shit Das habe ich befürchtet Das habe ich befürchtet Das war sauber 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 So Das soll es Freude gewesen sein Für die Aktion Hoffe ich gibts ein Like Okay Und lasse Mal hau dieob dich Bis dann Tschau